Ich feier's, hab dich gefeiert, Alter. Oh mein Gott, das ist doch was du konntest nicht ausmachen. Im kleinen Keller, anstelle ich feiern, fertig aus. Wir sind in der Halle mit 10.000 Menschen, Alter, die nur darauf feiern, dass die eine Laie sich englisch spricht, Alter. Das ist meine persönliche Meinung. Oh Gott, Alter, ich bin gerade so voll wie Sau. Oi! Anstellige Menschen, anstelle Musik. Gute Statement. Es ist Zeit, allerhöchste Zeit zu gehen für viele von euch. Denn jetzt gibt es Tritten zu sehen. Es ist Zeit, allerhöchste Zeit zu gehen für viele von euch. Frühstück? Na ja, hab ich jetzt eine Woche nicht getrunken. Wissen, warum das Auto so kacke ist? Beta-Version. Wir sind alt genug, wir wissen alle, was wir tun. Wir lernen noch immer was dazu, doch wir sind alt genug. Frankfurt, so sieht es aus. Guck, wie die anderen liegen. Keiner da war. Niemand. Dreckige Lache, Alter. Ich habe das Gefühl, ich hätte Puffis vergessen. Ich habe meine Firms im Kopf. Der geheime Hintereingang, direkt hinter der Kasse. Hier sieht uns keiner. Ich habe eine blutige Nase und aufgeschüfte Knie. Gucke in den Himmel und laufe durch Berlin. Jeder Hof ist ein auch teuer Spielplatz. Das halbe Leben findet in der Fantasie. Die Leute, die bei uns im Publikum sind, sind echt coole Leute. Ja man, das ist wirklich so. Ey, krass, dass ich von selbst jetzt auch so sagen. Hey, Digger. Gucke! Gucke! Wie kannst du dich nicht hören? Hey, hey, hey! Ja? Herr Harbus? Halloschen. Halloschen. Herr Harbus, hier. Ja, hey. Ja, hey. Ein paar Menschen kennen meine Lieder und decken sie grämmig. Ich mach deinem Vater, einen Sohn und deine Schwester erhängt sie. Den du siehst in der Kika-Sendung. Hart völlig auf Koko, denn es wird noch aus Kinderhänden gemacht. Gib mir Kip und Zweckchen und Spaß und asiatischen Mutten. Meine Nase putzen bedeutet atomare Verschmutzung. Wenn da wollen kein Raider mehr, dann hauen wir uns den Schädel ein und ziehen uns verzweifelt an die Raucher, wer Papete rein. Die Mama sagt, sie braucht kein Taxi zu rufen. Hallo! Hallo! In die Opiumhöhle zu machi und duchen. Lämpft ist den Schmackblicks wie Pornhau mehr! Noch mal Herpflin Kuchen! Danke dass du mich bezogen hast! Ehhh... Ähm, dann muss ich aber auch sagen, so ähm, wir waren letztes Wochenende... Ja, nein, ich steck ... Wo waren wir eigentlich letztes Wochenende? Nee, wirklich, das hättest du nicht gedacht? Nee, so weit zu mir war der voll nett. Ja, verstehe, ja. Ey, warst du das Heineken her? Ich find's Claude. Claude, nein. Die Dunkel ist nicht tot.